Du siehst das Scheiße? Wer ist das Problem? Ich weiß nicht. Hör auf und Spaß mit dem Zeitpunkt. Wer ist das Problem? Ich weiß nicht. Bums! Und ich denke mal auch, dass das Spiel... Ähm... Wo, da war er! Ja, fick dich! Wenn er sagt, f-f-fuck you, äh, oder, äh, oder, äh, oder? Bum, oh! Hm, wie schnell es dir kommt. Ähm... Oh, jetzt haben wir aber auch wenigstens mal eine Waffe. Können wir die nehmen? Ja. Coolio! Wir haben ne... Was ist das, ne? MP5, glaub ich. Ah, ja, oder so. Irgendwie ein Teil, keine Ahnung. Normalerweise weiß ich das. Bin jetzt mal ein bisschen mehr drauf... Bedacht auf das Spiel an sich. So, C, ducken. Ist, glaub ich, jetzt immer noch so, ne, so ne Art, ja... Einführung. Und es, es soll ja eigentlich auch mehr... Direkt in die Eier rein. Oh, da ist noch einer. Oh! 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 Eier rein! Ah! Es ist ja... Wollen wir jetzt wieder essen, mag ich spet! Dann kann ich nur loslegen, wenn ich nicht sicher bin. Gib dann morgen mal vor... Ich bin's erst zum Beispiel. Nach Landesmarken zu? ist, dass, ja, das Mob keine Lust hat weiter zu spielen. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich hab dich auch direkt in Visier. Ah! Und wie gesagt, es sollte eigentlich auch nur mehr ein Anzock sein und gar nicht so großartig. Let's Play ausatmen. Ja, komm, jetzt habe ich dich aber hoffentlich mal. Hm, da ist immer noch einer. Wo kommt der denn her? Lasst mich mal schauen. Komm mal, Kopf hoch. Ah, da war war. Out of Munition. Das ist schon mal sehr schlitterte Fahrer. Oh, oh. Ja, komm hoch. Da, warm, warm. Aha. Was willst du? Support? Ich muss mich immer wieder ein bisschen beruhigen. So, da platzt der Kopf. Dass die mal so fluchen müssen. Typische, ähm, Ames. Ah, Hilfe. Komm schon, raus hier! Haha, ein ganzes Magazin verballert, ohne ihn wirklich getroffen zu haben. So. Sehr gut, aber ich muss ein bisschen down gehen, sonst... Und wie ich schon in den letzten Parts gesagt hatte, bei Red Faction, meine Maus ist kaputt und... Ah, schon wieder keine Money. Und es ist echt... ...schwer zu treffen. Boah. 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 Ja. 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 Sehr gut. Lasst uns mal hier rein. Und es sollte auch einfach nur ein bisschen... Na komm, gehen wir mal wieder die MP. Wie sie alle immer dann so schön hechten können bei den neuen Spielen. Das ist ja echt übel. Oh, jetzt kommt wieder ein bisschen Schreck, Sekunen. Eine Waffe. Das sieht nicht gut aus. Oh, da tropft das Blut hoch an der Decke. Was ist das denn? Und jetzt noch die Musik. Ah, hier kann man Physik-Link... Machen wir das doch mal. Okay. Cool, es hat gerade einen kleinen Leck gegeben. Das leckt jetzt immer wieder ein bisschen. Ja, ich glaube, jetzt hat... Jetzt ist wieder dieser Bug da drin. Ja, jetzt ist wieder der Bug da drin. Wenn man dann einmal getroffen wird, dann ist man direkt down. Oh, kacke. Naja, ich sag einfach mal, bis zum nächsten Part. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für eure Daumen nach unten. Das freut mich sehr. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.